Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Okay Leute, bevor das Video losgeht, es gibt jetzt richtig, richtig süßen EpicStun Merch. Es gibt richtig, richtig süße Nudelhoodies. Es gibt ein richtig süßes EpicStun Kissen. Und natürlich gibt es auch ein richtig, richtig süßes Kaktuskissen. Es gibt richtig süße blaue DreamStun Armbänder. Und es gibt natürlich auch einen richtig coolen EpicStun Weihnachtshoodie. Also wenn du richtig süßen EpicStun Merch haben willst, dann klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und Kata, weißt du, was wir heute spielen? Murder Mystery? Ja, Murder Mystery, das ist so cool. Ich bin unschuldig. Ich bin auch schon wieder unschuldig und ich fahre direkt hoch. Los, ich bin hoch. Hallo, ich sehe dich. Da wurde schon wer weggeschnetzelt. Oh, Moment mal, ich weiß, wer das war. Wer denn? Du! Doch, hundertprozentig. Ich behalte hier alles im Blick und gehe hier meine Runden fahren. Oh, warte mal. Hier steht ja... Kata, ich bin down. Von wem wurdest du weggeschnetzelt? Von der Schildkröte. Von der Schildkröte? Ich werde dich reichen, das sage ich dir. Okay, warte mal. Ich suche jetzt ganz viel Gold. Und werde dann die Schildkröte weggeschnetzeln. Warte mal, Kata, wo bist du denn gerade? Ich habe den Mörder gesehen. Ich muss wieder hochfahren. Schnell, schnell, schnell. Und, oh, schnell, ab nach oben. Warte mal, wie viel Gold hast du denn schon? Ähm. Oh, okay, okay. Dann sammle noch fünf Gold und dann kannst du die Schildkröte weggeschnetzeln. Oh, okay, sehr gut. Aber die Schildkröte geht ja gerade richtig viele weggeschnetzeln. Oh, das stimmt. Oh Gott, oh Gott. Moment mal, der Detective ist down und... Da ist der Mörder unter dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war richtig knapp. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Vielleicht gibt es ja irgendwo noch den Detektivbogen. Oh, das stimmt. Oder warte mal, ich suche hier einfach ganz viel Gold. Ich werde es schaffen. Es sind nur noch drei Unschuldige übrig. Oh, oh, das schaffst du, Kata. Ich glaube an dich. Ich habe wieder einen Bogenschuss. Okay, Moment. Wo ist die Schildkröte? Da. Und? Ja, sehr gut gemacht, Kata. Du hast den Mörder weggeschnetzelt. Oh, richtig, richtig gut. Dankeschön. Oh, so cool. Das macht wirklich so, so, so viel Spaß. Kata, soll ich dir verraten, was ich bin? Ja, sag's. Ich bin innocent. Ich bin auch innocent. Oh, sehr cool. Und weißt du was? Was denn? Ich bin unten im Schiff drin. Ich auch. Und Moment mal, der Detektiv wurde getötet. Oh, stimmt. Moment mal. Der Mörder hat den Detektiv weggeschnetzelt. Was ist denn hier los? Kata? Ja? Bist du Mörder? Oh, hallo. Na? Guck mal, ich habe nur eine Karte. Oh, das ist auch sehr gut. Okay, warte mal. Oh, hier sind richtig viele Leute. Ich habe richtig viel Angst. Moment mal, was ist denn hier los? Der hat dich abgeschossen. Warum hat der mich abgeschossen? Ich weiß es nicht. Jetzt liegst du hier. Oh Mann, was ist denn da los? Oh nein. Okay, okay. Dann schnetzel ich die Leute weiter weg. So, du kommst weg. Und du kommst weg. Ja, ich bin Mörder. Oh Mann. Und. Oh, ja. Den habe ich auch. Warte mal. Da hinten sind auch welche. Hallo, Freunde. Und. Pass bloß auf. Oh Gott. Der Bogen. Der Bogen. Und. Tschüssi. Und. Und der ist weggesprungen. Zack, zack, zack. Oh Gott, ist das knapp. Da ist der Detektiv-Bogen. Darauf muss ich achten. Und. Oh, da ist keine mehr. Warte mal. Hier war doch gerade noch eine. Wo ist der denn hin? Moment mal. Es leben noch fünf Unschuldige. Oh. Und es gewittert. Oh Gott, oh Gott. Oh, da ist einer. Und. Zack, weg mit dir. Es leben noch drei Leute. Moment mal. Oh, da sind zwei. Hallo. Na? Und. Zack. Der ist weggeschnetzelt. Und. Ich habe einen Bogen. Und. Oh, ich habe dich getroffen. Oh nein. Ach, wann. Moment mal. Es leben noch zwei Leute. Und der rennt gerade von mir weg. Ich kriege dich. Und jetzt geht er hier lang. Und. Das ist er gar nicht. Ich glaube, du gewinnst du. Oh Gott, das war so knapp. Das war so knapp. Oh Gott, oh Gott. Oh, da ist der Letzte da oben. Und. Hallo. Warte mal. Ich bin hinter dir. Und. Tschüssi. Oh ja. So nice. Ich habe alle weggeschnetzelt als Mörder. Das ist so cool. Stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön, Kata. Ich bin Geheimagent. Ich auch. Hey, bist du gar nicht. Bist du Geheimagent Epic? Ja, ich bin Geheimagent Epic. Und weißt du was? Was? Du bist Mörderin Kata. Hallo, ich bin Mörderin Kata. Ich schnetze dich jetzt weg. Ich habe mein Schwert erhalten. Zack, 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 zack. Hey, du bist gar kein Mörder. Bin ich auch nicht. Bist du Sherlock Epic? Ja, ich bin Detektiv Epic Stun. Oh, okay, warte mal. Dann arbeiten wir zusammen, okay? Ja, sehr gerne. Okay, warte mal. Du läufst vor. Und wenn dich jemand wegschnetzelt, dann schieße ich den weg, okay? Na gut. Okay, bist du es? Nein. Okay, warte mal. Ist hier irgendwo der Mörder? Der ist es auch nicht. Nein, der ist auch kein Mörder. Okay, okay. Wir sind ein richtig gutes Team, wenn wir hier zusammen rumlaufen. Warte mal. Oh, das stimmt. Ist hier jemand? Ja, vielleicht ist da hinten der Mörder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck mal, da sind zwei Leute. Warte, warte, warte. Ich laufe mal zu denen hin. Und guck mal, hier ist einer im Roten. Aber, na, der hat, ja, auch Gold gehabt. Hier ist noch einer. Aber ich glaube, der ist es auch nicht. Vielleicht ist es ja doch. Es wird einer weggeschnetzelt. Aber wo? Weiß es nicht. Oh, oh, warte mal. Ist hier jemand Mörder? Nein, hier ist auch keiner Mörder. Ja, ich bin mir echt nicht ganz sicher. Kater? Ja? Bist du Mörder vielleicht? Ich finde es wirklich nicht. Warte, hier liegt einer. Moment mal. Das Mädchen ist es mit dem bunten Skin. Das Mädchen mit dem bunten Skin ist es. Wurdest du weggeschnetzelt? Ich wurde weggeschnetzelt. Oh nein, warte mal. Okay, das ist... Da ist sie! Da ist sie! Und? Okay, warte, warte. Ich schnetze sie weg, Kater. Warte. Und? Oh, da ist sie. Und? Achtung. Oh, ich habe dich getroffen. Oh nein. Okay, warte. Ich schnetze sie weg, Kater. So, zack, 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 zack. Das schaffst du. Und? Warte mal. Wo ist sie denn? Hallo? Oh, da ist sie. Oh Gott, das war so knapp. Oh Gott, oh Gott. Ich habe den Mörder weggeschnetzelt. Das war aber richtig, richtig knapp. Ich hätte fast nicht getroffen. Hast du richtig gut gemacht. Oh, danke schön, Kater. Ich bin Detective. Ich bin unschuldig. Ja, ich glaube dir kein Wort, Kater. Du bist so 100% Mörder. Bist du wirklich Detektiv? Nein, ich bin unschuldig. Oh Mann. Ja. Ich kann mir hier wieder Fackeln kaufen. Und mit den Fackeln kann ich hier die Kohle anzünden. Und dann kann man da nicht mehr durchlaufen. Das ist richtig cool. Ich habe jetzt schon ein Gold. Und zack, Gold für mich. Oh, sehr gut. Bist du wieder Mörder? Und willst du mich damit weggeschnetzeln? Nein, ich bin niemals Mörder, Kater. Okay, ich verstecke mich. So und so. Warum versteckst du dich? Weil ich Angst habe vor dir. Warum das denn? Weil und es wird einer weggeschnetzelt. Warst du das? Nein, das war ich nicht. Warte mal. Ich habe drei Fackeln. Oh ja. Sehr nice. Und guck mal. Da kann ich das hier anzünden. Aber hier ist keiner. Oh, da sind Leute. Guck mal, Leute. Zack, angezündet. Oh, so gut tatsächlich. Moment. Hä? Was denn? Du bist Mörder. Ich habe es ganz genug gesehen. Ich bin gar kein Mörder. Das stimmt nicht. Ich habe es gesehen. Ich habe dich gesehen einfach. Nein, ich bin kein Mörder. Du hast da welche weggeschnetzelt. Ich habe es gesehen. Warte, dahinter dir. Nein, ich habe jemand anders getroffen. Ich dachte, ich traf dich. Gott. Das war so knapp. Gott, ich habe fast dich getroffen. Hier, warte mal. Ich brauche irgendwie Hilfe. Oh, oh, oh. Helft mir. Oh. Nein, 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 nein. Der rennt von mir weg. Was ist denn hier los? Kata, ich schnetzele jetzt hier alle weg. Warte mal. Wo bist du denn? Oh, hier ist einer. Hallo. Und weggeschnetzelt. So, warte mal. Kata, wo bist du denn? Oh, ich weiß ganz genau, wo du bist. Ich habe ein Versteck gefunden. Oh, oh. Warte mal. Okay, hier bist du schon mal nicht. Bist du hier irgendwo? Oh, da ist einer. Und? Oh, ich habe dich getroffen. Oh, nein. Du meinst fünf. Ja, okay. Ich weiß, wo du bist. Und? Hallo, Kata. So, hier ist einer. Und hier bist du ja gar nicht. Hier war nur jemand anderes. Und da habe ich noch jemanden weggeschnetzelt. Okay, jetzt sind noch drei übrig. Und du bist auch noch da. Warte mal. Dann habe ich den Detective weggeschnetzelt. Und jetzt ist die Frage, wo du bist. Und der andere. Warte mal. Nein, hier ist schon mal keiner. Okay. Kata, wo hast du dich versteckt? Oh, ich habe so Angst. Ich bin kein Mörder. Du bist kein Mörder? Nein, hundertprozentig nicht. Okay, hier bist du auch nicht. Ach, Kata, wo hast du dich denn versteckt? Oh, warte mal. Ich habe so Angst. Das ist der Letzte. Moment mal. Wo bist du? Du bist die Letzte und hast dich versteckt. Ich weiß, wo du bist. Wo denn? Ich komme zu dir. Und? Nein, du bist hier gar nicht. Oh, ich habe so Angst. Kata, wo bist du? Bist du hier? Hey, nicht verstecken. Das ist eine unfaire Sache. Du bist eine Schummel, Kata. Warum Schummel, Kata? Ich habe einfach nur tierisch Angst. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Ach, warum versteckst du dich denn, Kata? Weil du der Mörder bist. Und ich nicht weggeschnetzelt werden will. Ach, aber ich finde dich ja nie im Leben. Okay, warte mal. Hier habe ich schon nachgeschaut. Ach, das ist eine unfaire Sache. Das ist gar keine unfaire Sache. Ja, ich habe dich gefunden. Oh, sehr cool. Ich habe alle weggeschnetzelt, Kata. Nicht schlecht. Du hast nicht was so gut gemacht. Dankeschön. Oh, das macht wirklich so, so, so viel Spaß. Da hinten bist du. Nein, ich habe dich im Blick. Warte mal. Ich sammle jetzt richtig viel Gold. Und dann werde ich dich weggeschnetzeln. Sehr gut. Äh, Moment. Hallo? Hi. Oh, tschüss. Oh, Gott, Gott. Du bist bestimmt Mörder. Bitte was? Kata? Ja? Du bist zu 100% Mörder. Du bist hinter mir. Oh, Gott. Du bist Mörder. Oh, Gott. Du bist Mörder. Es wurde auch keiner weggeschnetzelt. Du bist zu 100% Mörder. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich brauche jetzt richtig viel Gold. Weil du keinen weggeschnetzelst. So. Ich sammle jetzt hier genug Gold. Und dann kann ich dich weggeschnetzeln, du kleiner Mörder. Du schnetzelst die ganze Zeit die Leute weg. Moment mal. Was ist denn hier los? Ich habe dich gesehen mit dem Schmerz. Hilfe. Ach, Mann. Kata ist Mörder, Leute. Passt auf. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, okay. Oh, schnell. Alle weggeschnetzeln. Nein, bitte nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich brauche Gold. Hilfe. Moment mal. Oh, da ist Gold. Da ist Gold. Da ist Gold. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe richtig Angst vor dir. Hier lang und ich schnetzel auch den hier gleich weg. Oh, oh. Warte mal. Ist hier noch ein bisschen Gold für mich? Oh, hier liegen so viele Leute, die du alle weggeschnetzelt hast. Was ist denn hier los? Du hast du den Detektiv weggeschnetzelt. Hey. Wo bist du denn? Ich bin ganz weit weg, Kata. Ja, 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 ja. Oh, der will mich abschießen. Ich habe dir nichts getan. Du findest mich nie im Leben, Kata. Nein, nein. So, warte mal. Bist du dir da sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher, tatsächlich. Warte mal. So und so. Oh, oh. Okay. Ich habe eine Idee. Wo sind noch drei Leute hier? Nein. Ich habe dich weggeschnetzelt, du böser Mörder. Oh, sehr cool. Das macht so viel Spaß. Das stimmt. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Schrauch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017